und damit einen flauschen guten tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen folge von among us ich habe ein bisschen was an den einstellungen geändert deshalb haben wir ein bisschen mehr tasse aber ist auch nicht so schlimm weil die eine tasse die wir mehr haben stört glaube ich niemand nach dem muss ich hin ich habe nämlich eine kurze tasse hinzugefügt ich hoffe das sind schotter habe ich am ende falsch hinzugefügt aber es passt schon so ich habe ein paar testen schon gemacht die ersten verlassen schon wieder auf ehrenlos türkis orange safe okay das bestimmte er echte fink we are friend all der hat also die piep kann ein bisschen schlecht englisch sein gilt in front of me aha ich dachte wir wären freunde warum hat jetzt braun verlassen na gut da der jetzt raus ist ist natürlich der verdacht auf die ein bisschen größer geworden sage ich meine bisschen blöd gelaufen ja das war eine schnelle runde ach nee wir haben noch einen post okay na dann machen wir hier noch ein bisschen bisschen elektriker spielen dies das navigations habe ich jetzt ja gar keinen bock ach dann machen wir hier auch das war ja ganz knapp aber die können hier auch mal sich paar neue tablets oder bessere kabel holen das dauert ja hier ewig zum wunderladen gefühlt so zwei sieben eins neun fünf hier geht auch jemand mein admin rein auch glück gehabt so können wir das gleich hier hochladen warum muss ich hier eigentlich immer daten also manche tats ergeben hier ich kann okay zwar ein cafeteria ist doch locker jemand gestorben okay 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 rot und orange doch niemand gestorben rot und orange okay ja wer macht denn hier die ganze zeit die türen zu endlich ja geh ruhig in den vent rein okay orange und rot lasse ich jetzt alleine und nein hier sind wenn ganz schlecht ganz ganz schlecht ich glaube überall ist ein vent storage jetzt wieder ans ende der welt rennen aber hier mal okay orange und rot sind immer noch zusammen liegt hier irgendjemand hier muss doch irgend mal jemand sterben oder nicht macht dem poster nichts entschuldige noch hier rein hier liegt auch niemand ich habe aber die runde noch glaube ich niemand anderen gesehen also ein bisschen merkwürdig schon ich glaube nicht dass die beiden sind die hätten mich doch schon locker umgebracht wo sind denn die anderen ich sehe niemanden doch hier weiß geht der mit bei rein und kommt direkt wieder raus als ob der was suchen würde und nein bitte kommt mit mir ich will nicht mit weiß allein sein ich komme einfach mal mit euch mit weiß will ich nämlich nicht allein sein der rennt und schon so hinterher ha weiß abgetrennt hat finde ich gut mit dem will ich nicht nein ich bin hier der war ich fühlte man ich fasse auf euch auf okay ich halte mal auf den report button ohne auch weiß das ist doch so offensichtlich ja okay das war so offensichtlich ja das war echt so schlecht das war so schlecht na ich wusste irgendwie schon dass sie nur noch zu viel drum sind ja also na gut das war auch ein bisschen unfair aber wie man so schlechten kill machen kann ich kann man denn nur so scheiße spielen ach na gut was sollte er auch tun wenn wir die rand ganze zeit aufeinander hocken aber irgendjemand muss doch noch tasse machen irgendjemand der balken ist ja noch nicht voll die smileys ja ich glaube das war's für heute ne gute nacht weiß und adios amigosa und astalo hat dies da ich kann kein was auch immer diese sprache ist ja der typ hat zwei hüte auf wo hat er denn die her ich will auch zwei hüte haben manchmal sehe ich auch hüte die man so an sich gar nicht kaufen kann also ich frage mich ob die irgendwann mal exklusiv zu kaufen waren oder so i don't know vielleicht muss ich mal in den shop gucken das sollte ich vielleicht mal machen das könnte gut sein dass man die dort kaufen kann aber man kriegt hier so viel hinterher geschmissen deswegen braucht man hier eigentlich nichts kaufen ja der imposter ist schon coco cola ah ja viele sind war ja nicht mehr elektric gut mehr oder weniger red safe was ich was ein freund was okay wenn rot und orange rot und gelb nicht sind und ich auch nicht bleiben nur noch die drei war übrig red okay red warum jetzt rot hä hä warum rot wie die hier it's why hä was denn das wird mir hier zu dumm erst rot jetzt weiß ihr könnt euch auch nicht entscheiden mir fällt gerade auf dass mein monitor hier schief hängt ich habe schon eine stunde damit verbracht die endlich gerade hin zu rücken aber es funktioniert einfach nicht ich reg mich inzwischen auch doch ich reg mich immer noch darüber auf weil diese monitor halterung die ist so komisch wenn ich beide monitore an einer halterung montiert habe dann sieht die nicht direkt auf gleiche höhe was die eigentlich gar keinen sinn macht und dann muss ich den monitor schief den zweiten ton damit sie aneinander sind und das nervt schon ein bisserl auch gelb tot rot und weiß leben immer noch rot könnten self report machen okay dark green grün war doch safe oder nicht oder nee grün hat noch nichts gesagt grün hat noch nichts gesagt ja willst du uns noch mal verraten wo wie die einfach sagen okay also wer jetzt cool mehr einfach sagt okay war ja ja tschüss ich bin noch bisschen ist noch früh ich nehme immer früh auf abends habe ich keinen bock in communications equal yellow ok ok rot messen wir auf jeden fall wenn der jetzt nicht ist ok ja das ist doch schön so chromate sind wir wieder geworden und ich werde direkt von zwei leuten verfolgt und von dreien und tschüss der steht aber der ist doch mit mir zusammengekommen also entweder war ich sehr schnell fertig oder ey also die impostor sind echt heute fix unterwegs muss ich echt mal sagen der doppelhut ist gestorben schade i have es can ah ja ok das weapons das ist doch um rechts da war doch purple ich glaub wer Moment purple Moment Purple was was with me and xion in o2 and then i run to shields and xion and wirst geschorm and purple was alone also ich sag purple und jetzt ist tot also i think purple he was with sign together ok ich sag purple das ist eigentlich sehr klar so wie warum die leute immer noch skippen also ich verstehe es nicht hauptsache irgendwelche dumm random roads machen aber wenn ich eine logische erklärung hinterlege nö machen wir nicht ok rot ist schon mal safe ok beide leben noch ok orange und purple äh rot wirbel was habe ich so communications müssen wir noch downloaden zack fertig ich verfolge die beiden mal bisserl wenn ich nicht schon falsch gerannt bin klebt rot noch ich glaub ja ok schwarz pink so black ok pink oder schwarz na ist ja ganz wunderbar können natürlich ein self report sein ich könnte auch erstmal sagen wo damit ich überhaupt überblick könnt ihr mal bitte sagen wo sonst fragt es auch immer purple safe for für diese runde electrical ja wow das war natürlich gerade ideal aber wenn die sich nicht einig wären pink gehabt ok purple und rot haben sich getrennt und dass da purple nur ein raum von also wenn purple nicht ist dann hat der imposter gut gespielt so ja jetzt wird er wahrscheinlich wieder pink sagen und es wird wieder unentschieden sein irgendjemand ist gestorben glaube ich ne einer hat geläftet rot auch warum läftet man eigentlich immer mitten in der runde ist pink ja ne ich werde für schwarz roten wieder jetzt black ja die schwarz raus wenn jetzt schwarz nicht ist dann haben wir ein problem scheiße es ist pink es ist pink herbert war nicht purple das ist ja richtig komisch wenn euch das video gefallen hat lasst eine positive bewertung da ansonsten nehmen wir uns bei einem neuen video hot rein und ciao leute aber garante auch noch